Es ist wieder Zeit für einen Tagesorakel, heute am 23.04. Bleib dabei, nach dem Intro geht es los. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Auch heute wieder ein Tagesorakel für euch. Ich wollte mich noch entschuldigen, dass ihr gestern keinen sehen konntet. Ich habe es euch extra am Morgen aufgenommen. Aber dann hatte leider die Internet-Connection ein wenig Probleme und ich konnte es nicht hochladen. Ich hoffe, dies wird heute nicht so sein und ihr könnt euer Orakel wieder anschauen, weil ich wurde sehr, sehr viel angeschrieben. Vielen Dank für die Resonanz auf jeden Fall, dass ihr das schon zur täglichen Routine, zur Morgenroutine gemacht habt. Das ehrt mich sehr, wirklich, muss ich schon gestehen. Aber auch heute schauen wir natürlich für euch wieder in die Karten. Wir beginnen links auf jeden Fall mit dem Beruf, ja, mit den Naturheilgeistern. Dann haben wir hier euer Highlight des Tages und rechts heute die Liebe mit den Engeln der Liebeorakel. Die kennt ihr ja alle. Wenn ihr Interesse an meinen eigenen Lennemore-Karten habt, die ihr in fast jedem Orakel von mir seht, könnt ihr natürlich gerne auch meinen Shop besuchen. Und wer gerne ein Coaching hätte oder eine persönliche Kartenlegung oder eine persönliche Energiearbeit, der darf hier auf diese wundervolle Internetseite oder auf Facebook besucht mich. Nutzt das Kontaktformular, Termine können wir immer gut vereinbaren. Ja, es wird Zeit. Schauen wir mal in den Beruf und die Finanzen. Hier steht was Kopf, ideale Vorgehensweise. Die ist derzeit vielleicht noch ein bisschen blockiert, kann heute aber für dich im Beruf, ja, auf den Weg deines Zieles dich begeben. So, das heißt, du persönlich kannst beginnen, in die Richtung zu laufen, in die du auch laufen willst, von deiner Zukunft her. Finanziell gesehen ist es die ideale Vorgehensweise auch für dich in der Thematik des Erfolgs. Das heißt, alles, was du heute finanziell bewegst, geht in den Erfolg. Das hat auch was mit Investitionen zu tun. Das hat auch was mit Ersparnissen zu tun. Vielleicht bist du an der Börse aktiv. Da ist gerade sehr, sehr, ja, viel Bewegung drin. Ich persönlich lasse mir immer morgens einen Tagesimpuls geben und gehe da auch tatsächlich an die Börse derzeit. Hab hier aber auch den Erfolg für dich liegen, auch im Beruf. Also heute, wenn du deine Ziele von Herzen aus verfolgst, dann ist es die ideale Vorgehensweise und der Erfolg wird zu dir kommen. Du hast da schon sehr, 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 sehr lange dafür gearbeitet. Wundervoll, dass du jetzt hier auch noch erscheinst im Bild. Es ist einfach so, dass diese Arbeit jetzt auch endlich belohnt werden. Egal, ob es in der Finanzkammer ist, egal, ob es im Berufsleben ist. Du bekommst jetzt endlich mal die Belohnung, die es dir auch gilt zu geben. Nicht nur finanziell, sondern auch von der Wertschätzung her. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann schauen wir jetzt noch in die Liebe. Hier heißt es heute, dies könnte der oder die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Klingt sehr, sehr reizvoll. Natürlich muss man schon zugeben. Für Singles heißt es schon, dass man eventuell heute den ein oder anderen Menschen sehen kann. Also im Rückzug heißt auf jeden Fall, dass es jemand ist, der sich über das Handy meldet. Ha, da haben wir die Nachricht dabei. Also, es ist eine Bekanntschaft. Vielleicht kennt man sich schon. Es könnte auch jemand aus der Vergangenheit sein. Aber ich denke eher, es ist eine neue Botschaft, wo du bekommen wirst von jemandem, der sich derzeit im Rückzug aufhält. So, auch in Partnerschaften. Vielleicht sind die lieben Worte derzeit ja ein bisschen im Hintergrund und man überlegt, ob es noch das Richtige ist. Ob das wirklich diese wahre Liebe ist. Aber da wirst du heute erkennen, dies oder sie oder er ist der Richtige. Da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel in die Klarheit gehen heute. Und es wird schöne Botschaften geben, schöne Nachrichten, auch viel Geflirte. Und du wirst beginnen, die Mauer in deinem Herzen wieder etwas runterzusetzen. Das ist auch sehr schön, weil du somit viel, viel besser annehmen kannst. Und dann haben wir noch das Highlight für dich am Tag ist, manchmal mag es wenig sein, unbequem. Manchmal mag es ein wenig unbequem sein oder so. Oder furchterregend sein zu wissen, dass du einzigartig bist. Denn du bist dazu aufgerufen, jeden Tag neu für dich selbst zu entscheiden. Doch du spürst deine innere Führung, die dich stabil und sicher leitet. Und du weißt, du kannst ihr vertrauen. Ja, Entschuldigung für den Versprecher. Es ist einfach noch zu früh manchmal. Und hier ist es auf jeden Fall so, dass du immer wieder für dich einstehen musst. Das ist heute ganz präsent. Du sollst heute ganz präsent dich in einem guten Licht präsentieren. Weil du dich selbst oft und viel zu oft hinten anstellst. Da solltest du auch viel, viel mehr mit dir selbst ins Gericht gehen und dir nicht immer so viel Zweifel aufreden. Du wirst auch jemand sein, der sehr viel googelt und sehr viel hinterfragt. Aber Google ist nicht der beste Hinterfrager, weil man sonst noch mehr in der Panik lebt. Also auch da sollte heute eher bitte der Verstand und das Herz genutzt werden, wie dass man sich irgendwelche Informationen sucht, die am Ende nichts wert sind. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der vielleicht heute Abend um 18 Uhr im Facebook-Livestream ist. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Macht's gut, meine Lieben.